Anne, Effi, Elisabeth, Johannes und Kaupo manöfrieren euch auf klapprigen russischen Motorradgespann kreuz und quer durch drei Kontinente. Stets Richtung Osten. Und wenn alles klappt, bis nach New York City. Es ist eine besondere Reise auf alten Ural-Motorrädern. Aus der Blase der Kunsthochschule in Halle hinein in die Natur, fast ohne Zivilisation, den unendlichen Weiten der Mongolei. Das ist vermutlich die verrückteste Landschaft, die ich jemals gesehen habe. Ich weiß nicht einmal, wie man das beschreiben soll. Du siehst am Horizont einen Berg und du kannst nicht mal annähernd kalkulieren, wie hoch er ist. Diese Landschaft hat eine irre Linienführung. Und dann die Straßen, ein einziges Labyrinth. Fünf Künstler auf dem Landweg in New York. 27 Monate unterwegs, über 43.000 Kilometer, voller Eindrücke und Begegnungen. Nach dem Buch und dem Roadmovie 972 Breakdowns nun die große interaktive Ausstellung auf Schloss Augustusburg. Auf 700 Quadratmetern faszinierende Erfahrungen einer unglaublichen Fahrt. und einem Gefährt treu, aber eben auch pannenanfällig. Das ist ein Explosionsmodell von unserem Motorrad, das wir zweieinhalb Jahre lang gefahren bzw. geritten, gerepariert, geschoben haben. Und ich habe es auseinandergenommen. Seit mittlerweile zehn Jahren inklusive Planung beschäftigt die fünf Künstler dieser Trip. Und nun als gewisser Abschluss die Ausstellung, auch als erlebbare Herausforderung. Wo ist der Punkt, wo es nicht mehr weitergeht? Das haben wir uns immer gefragt, wann kommt der Punkt, wo es nicht mehr weitergeht? Der Besucher soll dasselbe sich fragen. Wo ist denn der Punkt, wo ich ausgestiegen wäre? Wo wären meine Grenzen gewesen? Wo wäre ich über meine Grenzen hinausgegangen? Dafür wurde in den letzten Monaten vor allem gebaut. Von der kasachischen Tankstelle über Pannenschlaglöcher, Gerüche und Erinnerungsstücke bis zum Wiedereintritt in die Zivilisation. Eine eigene interaktive Reise ans Ende der Welt. Die Sachen wirklich jetzt plastisch darzustellen, war natürlich sauber, super cool. Ja, war richtig cool zu sagen, ich habe was Handfestes und habe Sachen, die ich bauen kann und stelle die jetzt da hin. Das Rad der Entfernung. Für die Besucher auch das eine spielerische Herausforderung. Im Verhältnis von 43.000 Kilometern passieren natürlich immer Pannen. Es gibt hier zum Beispiel den Schokoladenverbrauch in Gramm. Ganz wichtig, ohne das hätte es keiner geschafft. Und bei jedem zehntausendsten Kilometer wird man belohnt. Dann geht hier was Fundamentales an. Ich will nicht sagen, was. Mindestens 15 Monate haben die Künstler nun sozusagen ihr neues Domizil. Eine original russische Hütte in einem echten Schloss. Ich bin ganz der festen Überzeugung, dass das ein Projekt wird, was die Menschen anspricht. Weil hier geht es darum, um Freiheit, um Sehnsüchte, die jeder gerne in sich trägt und die erfüllt werden können. Ein weiteres Highlight, die 360-Grad-Panorama-Show. Ganz dicht dran auf dem Colima River. 1600 Kilometer auf einem selbstgebauten Floß auf Pontons. Angetrieben von den Ural-Motorrädern. Wahnsinn. Als Gruppe auf einem 50 Quadratmeter Floß zu leben, das war wirklich eine Herausforderung. Und es kommt einfach keiner, der dir sagt, nö, mach es nicht. Da ist keiner. Du bist wirklich auf dich alleine gestellt. Und das zu realisieren, fand ich wirklich echt ein krasses Gefühl, eine krasse Bemächtigung. Bleibt die Frage, wie weit diese Reise noch gehen wird und ob die fünf Künstler sich nicht auch manchmal kneifen müssen, was sie damit alles erreicht haben. Ich glaube, von uns würde keiner diese Reise noch mal machen. Und das liegt daran, dass wir jetzt zu viel wissen darüber. Es kann eigentlich jederzeit losgehen, weil uns erschreckt keine Panne mehr im Endeffekt. Ab morgen können alle teilhaben an diesem unglaublichen Abenteuer mit den vielen Pannen. 972 Breakdowns auf Schloss Augustusburg.